jetzt komm schon was war gut halbzeit schützt es am besser ich glaube das ist besser super einmal im kreis gelaufen wo ist sie hin verloren da war hier einer mit dem bunny hauptspiel mann zwei titen es ist wir nur im frontsoldat man ist doch doof wo sind die richtigen die treffen mich sofort wenn sie noch einmal auf mich drauf schießen das ist doch zum wagen ist dass da doch zum wagen ist eigentlich ist es weaver spekter dinger so jetzt wo ist er guck ist dieser wieder weg aber ich könnte mir die flacke holen wir verloren wo wo herrgott wo endlich ein feindlicher pilot getötet noch über eine minute bis mein titan wieder aktiv werden kann und nicht mehr den kriege ich jetzt hier wo sind die wir haben nur ein scheiß frei von soldat gedöhnt jetzt komm schon was war das draufgetreten ne kannst du doch sauer kannst du doch abbrechen sowas das wäre sogar ich bin wieder nur von so einem dreidel mit jetzt mein pilot haben titan haben wo ein piloten kill einen und null punkte gemacht ja gut nächstes mal wirklich bei nächsten spiel wechseln wir den monat ich hasse capture den fleck und steuerung jetzt die bim wird schneller nachgeladen jetzt kriege ich nicht so lange spiel gar nicht mehr das war ein bisschen an die titan waffe den krieg ich den mache ich mit blatt ja gut es ist wenigstens oh nein weg weg so ich bin nur wie nur wie du wie du wie du wie du wie du wie ein hube dubel bin ich ja wenn ich mal das spiel ist also capture the flag ist hier total oder ich bin einfach nur trollkrotten schlecht ich treffte er nicht mal hier jetzt habe ich ihn sogar mit kopfschuss habe ich ihn bekommen da ist noch ein titan den mache ich jetzt auch noch platt oder auch nicht natürlich eher nicht weil der noch viel zu stark gepanzert ist krieg mit dem augen piloten kill hin nö das war ja nur ein frontsoldaten ich meine ich krieg du hier im sprung feindlichen piloten grill frontsoldat frontsoldat da ist nur frontsoldaten da war ein titan oder da ist das warum krieg ich mit dem eigentlich kein oh oh weg match endet in 15 sekunden na wir führen ja 5 zu 0 holen wir nochmal einen titan also jungs eins wissen wir nächste runde kein capture the flag mehr nie mehr capture the flag by titan der modus finde ich einfach nicht gut und endlich mal rausfinden warum der sound so schlecht ist das muss er endlich mal rausfinden also da sitzen zwei stück drin da oben aber ich komme nicht dran eine hände rennen noch irgendwo rum die zogen weg ja schießt doch schon drauf aber was soll ich machen wenn meine munition gerade leer war jawohl alle kampfeinheiten ausgeschwerte aber ich denke jetzt schnell doch ich glaube ich habe nur vier teiten rausgeschossen drauf geschossen ich bin letzter mit abstand das ist mies obwohl ich mit absolut beste ping habe ah ja gott verlassen wir mal diese lobby und machen eine neue lobby das ist käse dieses dieses ding ist käse schweizer emmentaler käse eine stufe gott so verlassen natürlich verlassen wir die lobby nicht hauptmenöre will ich nicht ich will nur die lobby verlassen und dann haupten versionen machen die gehen wir jetzt ab